So meine Lieben, schaut mal, ich habe da in diesem Buch Happiness is homemade natürlich wieder integriert. Wer die anderen Videos gesehen hat, weiß schon, was das mit dem auf sich hat. Es soll uns helfen, glücklich zu sein und uns daran erinnern, wie das geht. Und es geht mit so einfachen Dingen und die habe ich alle herausgehoben. Und im Übrigen auf meinem Shop gibt es ganz viele Sachen für Kinder, für den Alltag, für die Schule, wo dieses Emblem drauf ist, damit wir es nicht vergessen. Glück selbst gemacht. Also und da steht zum Beispiel etwas, was bald in jeder Schule eigentlich als Hausregel steht. Schöne Worte. Und was haben wir da noch? Oh, Musik. Ja, 432 Hertz bitte. 432 Hertz, ganz wichtig, dass man das nicht vergisst. Und die Frequenz nämlich hat damit auch zu tun. So, Sport, Sport, körperliche Betätigung, ganz wichtig, damit wir Serotine ausschütten. Denn Freunde, oh ja, Freunde sind ganz wichtig. Übrigens habe ich noch mehr Bücher, was Freundschaften anbelangt. Ihr könnt so die kleine Libelle zum Beispiel euch einmal besorgen. Das kann man lesen, da geht es um Freundschaft. Oh, der Tom und der Wolf, da geht es um Freundschaft. Also Freundschaften sind ganz wichtig und das macht glücklich. So, was haben wir noch? Ach, ich erzähle euch das in den anderen Videos über die anderen Bücher. Da muss ich nicht alles jetzt auf einmal sein. Bis zum nächsten Mal.